Einen echten Royal trifft man wahrlich nicht jeden Tag. Beim Shoppen in Miami laufen zwei Mädchen, Prinzessin Sophia und Prinz Karl Philipp von Schweden über den Weg. So entsteht dieses hübsche Foto der drei Ladies, auf dem die blau-weißen Outfits wirken, als wären sie abgesprochen. Sophia ist ganz sportlich leger in Stoff-Turnschuhen unterwegs. Ihr luftiges Kleid stammt von Designer Hugo Boss. Wie die zwei jungen Damen ist auch die Prinzessin scheinbar gerade auf Einkaufstour. Doch die versucht das wohl ein wenig zu verstecken. Zu Sophias Füßen entdecken wir nämlich ihre Einkaufstüte des Luxuslabels Intermix. Darin vermutlich eine schicke, neue und vor allem kostspielige Handtasche. Sophia und Karl Philipp sind aber natürlich nicht nur zum Shoppen in Miami. Gemeinsam mit dem Königspaar besuchen sie Prinzessin Madeleine, die mit ihrer Familie seit Sommer 2018 hier lebt. Was Sophia von dieser Reise und dem Shoppingausflug noch so mitbringt, können wir ja vielleicht schon bei ihrem nächsten Auftritt begutachten. Bis zum nächsten Mal.